Verdammte Scheiße, Johnny, wo sind wir hier? Ey, Mann, Jimmy, Homie, gib mal ein bisschen Ruhe, Alter, hast du kein Vertrauen? Natürlich hab ich Vertrauen, aber das gibt mir ein komisches Gefühl hier. Ja, du stellst wieder zu viele Tragen, wir deinen kennen jetzt schon. Schon seit über 10 Jahren, Mann. Haben wir hier Scheiße gebraucht? Natürlich haben wir Scheiße gebraucht, Mann. Ja, wir haben Scheiße gebraucht, ey, Mann, ich hab's gebraucht, Mann, Mann. Ja, Mann, ja. Okay, du vertraust mir, ne? Natürlich. Okay, wir laufen einfach jetzt hier geradeaus und dann finden wir schon die Sache, was wir suchen wollen. Ja, Mann. Ja, Mann. Jimmy, komm schon, Mann. Komm schon. Wir müssen da lang. Was war das, Digga? Jimmy, na los. Ich weiß nicht. Ey, ey, Jimmy, Mann. Ja? Ich glaube, ich glaube, wir haben uns verlaufen, Mann. Fuck. Ja. Ist das doch scheiße? Nein, ja. Wir haben uns einfach verlaufen, Mann. Vertraust mir nicht. Ich weiß nicht mehr. Jimmy, Mann. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Was? In diesem Wald? Verdammte Scheiße, Mann. Johnny, was für eine Scheiße hast du mich hier wieder reingeritten. Ich höre die ganze Zeit komische Geräusche. Sonst wird es nicht gut enden. Ich habe nur ein komisches Gefühl, Mann. Scheiße. Scheiße. Hier war ich doch gerade mit Jimmy, Mann. Was war das? Das hört sich nicht gut an. Ey, ey, Mann. Alles klar, wo bin ich? Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen. Und jetzt bin ich ganz alleine. Warte. Vielleicht habe ich noch Empfang. Mist. Kein Netz. So. Wie komme ich weiter? Wo ist Norden? Wo ist Osten? Ich mache den alten Pfadfinder-Tick-Tick-Tack-Tick-Trick-Trick. Da gibt es einen Stein. Da gibt es einen zweiten Stein. Eins, zwei, drei. Da ist Norden. Wenn ich Richtung Norden gehe, dann bin ich bei Kalifornien. Und dann... Ey, Scheiße, Alter. Habe ich hier verloren? Jimmy! Wo bist du? Nein! Was? Hä? Jimmy! 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 Ey, Mann, Alter! Mist! Wo bist du? Warte mal. Jimmy! Oh mein Gott! Jimmy! 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 Ich muss dich retten! Was passiert? Jimmy! Hör mir zu! Das ist eine Falle! Du musst weg! Nein! Ich gehe nirgendswohin! Ich nehme dich mit! Ich rette dich! Johnny! Ich nehme dich mit! Jimmy! Ich nehme dich mit! Wir werden gehen! Jimmy! Schön langsam umdrehen, Freundchen! Deine Stimme kommt mir bekannt vor! So sieht man sich wieder, Jungs! Wer bist du? Johnny und Jimmy! Du weißt ganz genau, wer ich bin, Johnny! Bist du jetzt wahr? Jeremy? Ganz recht! Ich bin's! Jeremiah! Aus der Highschool? Warum tust du das? Ihr habt mir das Leben zur Hölle gemacht in der Highschool! Dafür wird einer von euch büßen! Mag sein! Aber es müssen keine Schüsse fallen! Doch! Und schon gar muss gar keiner drauf gehen! Oh doch! Jimmy! Wird nicht drauf gehen! Wenn dann ich! Dann bist du eben drauf! Einer weniger! So, Jimmy! Mach deinen letzten... Gebet! Nein! Tut's nicht! Tut's nicht! Bitch! Nein! Nein! Bruder! Wo hast du uns hingebracht? Bruder! Wald! Warum? Ach, Bruder! Vertraust du mir nicht? Nein! Wieso vertraust du mir nicht? Junge, guck mal, wie gruselig das hier aussieht! Bruder! Brück mich in die Hand, Digga! Sag mir einfach... Öten! Sag mir einfach... Öten! Entspann dich mal! Sag mir einfach, du hast Schiss! Bruder! Natürlich hab ich Schiss! Warum hast du Schiss? Digga! Hier ist keiner! Das ist ja der Schlimme! Oh mein Gott! Komm mal zu dir! Digga! Ist nicht dein Herz, ne? Doch! Wir müssen jetzt ein bisschen weiterlaufen, Alter! Hab mal keinen Schiss, Alter! Ey Bruder! Wir müssen geradeaus! Komm mit! Wo bleibst du? Komm! Wohin mit dir, Digga! Irgendwas hab ich gehört! Irgendwas hab ich gehört! Ey Mann, Alter! Komm! Bruder, ja! Guck dir mal an, wo wir sind! Ja, wo hast du uns hingebracht? Ja, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Entspann dich mal! Was hältst du hier die ganze Zeit rum, Alter? Guck dir mal die Umgebung an, Digga! Was soll schon hier passieren? Wie, was soll passieren? Stell dir vor, die entführen uns, die schneiden uns in Stücke, die werfen uns im Meer! Bruder! In welchem Film bist du? Jungen, da ist auch mal mit mir mit, Alter! In welchem Film bist du? Wo sind wir überhaupt? Ey, wie, wo sind wir? Ich glaube... Ich glaube, wir haben uns verlaufen! Wir haben uns was? Wir haben uns was? Ja! Wir haben uns verlaufen? Ja! Das ist wohl nicht dein Ernst! Das ist wohl nicht dein Ernst! Entspann dich! Entspann dich! Entspann dich! Es ist jetzt besser, wenn wir uns einfach trennen! Ich kenne das vom Film, Bruder! Niemals dürfen wir uns aufteilen! Niemals! Bruder, es passiert schon nichts! Wir müssen uns trennen! Komm! Bruder, warte! Warte! Was? Wenn mir irgendwas passiert, sag meiner Frau, ich habe sie geliebt! Du hast keine Frau! Tu doch einfach nur! Decker! Bruder, ja! Bruder, ja! Was für eine Scheiße hast du mich reingeritten? Was für Geräusche, ja! Irgendwann kommt bestimmt so ein Bär und ich muss gegen ihn kämpfen! Und ich kann nicht kämpfen, Digga! Ich weiß nicht, was ich machen soll, Digga! Oh! Oh! Bruder, Bruder! Was war das, Digga? Was war das, Digga? Das hört sich gar nicht gut an, Digga! Digga, wo hat der mich hingebracht, ja? Alterscheize! Scheize! 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 Was haben wir denn gemacht? Wo sind die gelandet, Digga? Ey, Mann, Alter. Jetzt finde ich Murat nicht mehr. Kein Empfang, kein gar nichts. Scheiße. Wo bin ich überhaupt? Komm ich weiter? Warte, mein Vater meint mir irgendwas mit. Ich glaube, Norden ist da. Oder? Keine Ahnung, Mann. Ey, hoffentlich überlebt Murat. Ey, Bruder. Ich kann nicht mehr. Wo ist Murat, Digger? Murat, wo bist du? Murat! Murat, ey, Scheiß, was passiert hier? Ey, ey, Murat. Murat, Murat, wo bist du? Ey, Scheiß, was? Ist das Murat? Murat, oh mein Gott, Murat. Murat, bring mich hier weg. Bring mich hier weg, bitte. Junge, hör auf, warum röllst du? Es tut mir leid. Digga, bring mich hier weg. Und... Bruder, bitte, bring mich hier weg, bitte. Ja, Wallah, was hast du vorhin das passiert? Ja, Bruder, wie... Junge, was machst du da? Bring mich hier weg, der, oh, Polzau oder so. Nein, 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 nein. Schön langsam umdrehen, Freundchen. Nein, 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 ist gut. Hände höher, so dass ich sie sehen kann. So, gib mir dein ganzes Geld. Gib mir dein ganzes Geld! Hör auf, du Scheiß, gib mir dein Geld! Blicke, du... Pack die Waffe, du... Was ist das für einer? Junge, ist ihr okay? Hey! Ey, vergesst... Ich mach deinen Tonnen, ey. Ich mach dich, war die Arsch. Schau durch. Ey! Nein, 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 nein. Ich hör mal raus. Junge, hör auf mich etwas aufzuholen. Halt die Fresse! Aaaaah! Hey, schnapp deine Freunde zumval. Schnapp... fass mich nicht ab. Hör uns zu rollen wie ne Frau. Alter! Bruder hast du das gesehen? Warte, ich befreite dich, Digga! Komm, 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 komm. Schönen, Digga! Bruder hast du gesehen? Zack, zack, zack wie ich das geklärt hab, Bruder. Genau wie in den Filmen, Alter. Digga, was war das denn? Du hast gebettelt und geheult wie ein Kleines Kämt, Digga. Was hast du gesehen, Alter? Welche findest du? Auf jeden Fall, Bruder, guck mal, sorry für alles, ne? Gehen wir jetzt einen Dönerpitzel? Ich komme auf jeden Fall nie wieder mit dir in einen Wald oder so. Gehen wir einen Dönerpitzel? Auf jeden Fall, muss, muss. Komm, Junge.